Was sagst du dazu? Ich finde es nicht gut? Also ich meine, was mir gefällt, wird natürlich geliked, oder? Spaß! Spaß, Spaß! Ja, wahrscheinlich! Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind gerade draußen, es ist einfach krank, es sind 17 Grad oder so. Sagt jedenfalls die App. Hi! Ey, was machst du denn hier? Äh, wir machen ein Video. Chrissi reagiert auf meine TikToks. Ich zeig also, ja... 2 und 3. Er hat uns gerade ausgesperrt. Hey, moin. Und du wirst gleich... Überlass dir mein Handy einfach mal. Bis heute hier gleich mal auf TikTok und dann... Du kannst aber alles durchgehen, was ich geliked habe. Ich weiß selber nicht genau was. Warte, weil ich... Ich geh erst mal an Anfang, ich hab nämlich nicht so viele geliked, weil... Weiß ich nicht... Werden wir gleich sehen. Ich hoffe, du hast meine geliked. Werden wir auch gleich sehen. Das wird witzig. Ich bin mit ganz, ganz viele Autos. Let's go. Ich geh auf die gelikten und geh ganz nach unten. Ich weiß nämlich selber nicht, ehrlich... Wo geh ich ganz nach unten? Ich bin am Ende schon. Krass. Und das erste TikTok ist direkt von mir. Okay. Ja, safe. Too much energy? Nö. 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 Also das ist ungefähr ich. Jetzt findest du so in 10 Jahren so... Nein, okay. Nicht 10 Jahre. In einem Monat. So hat dein Chrissy also von mir. Einen wird TikTok geliked. Nein. Echt jetzt? Ja, das wieder. Und schon wieder. Und schon wieder. Oh, mein... Mein TikTok. So muss das. Das ist so peinlich, mein eigenes TikTok. Nein. Okay, die eigenen TikTok sind... Ich möchte jetzt reden, ob da was Schlimmes ist. Okay, wir gucken jetzt gemeinsam, ob da was Schlimmes ist. Dein eigenes TikTok wieder, Chrissy. Hey, also ganz kurz, ganz kurz. Mittlerweile. Junge, blauen sind deine Haare da gerade. Ja, stimmt. Gib dir das mal. Chrissy, Chrissy. Ah, hier. Achso, jemand mit einer Echtzone. Das hat mich geliked, weil die Echtzone die da hell ist. Das hat mich geliked, weil die Echtzone die Höhle drauf hat. Chrissy. Jeder war noch unsere Hälte. 80% Chrissy würde ich mal behaupten. 20% ich. Oh, lol. Der trifft gleich safe irgendwo ein Korb. Ja, das ist heftig. Er fliegt einfach... Er fliegt gerade und auf einmal fliegt das nicht weg. Ist doch was dagegen, wenn du dich irgendwie da reinsetzt? Oder so? Nein. Ist doch warm. Aber das denn? Oh, da warst du im Urlaub. Da war ich eine Woche bei ihm. Und er muss einfach absolut erstmal in den Brunnen rein. Grüße gerne an der Stelle raus an ihm. Ash. Ja, Ash. Ach. Er hat noch einen PC gehabt. Ja, moin. Ash war auch perfekt am Start. Ja, Chrissy, Chrissy, Chrissy. Ja, Leute, ich immer. Ehrlich? War bei mir gar nicht so oft. Nee. Oder schreibt rein, wie es bei euch ist, Leute. Also ich habe meine Hausaufgaben immer nach dem Schluck. Nee, habe ich nicht. Das kenne ich gleich. Nimmt sie diesen Streifen mit einem Mund. Ja. Wow, damit habe ich... Das ist ein Kopfhörer. Max. Ja, safe. Äh... Wollen wir uns nicht mal was angucken? Ja, ich bin schon bei Ash. Ash. Chrissy, 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 Chrissy. Ach ja, das erste TikTok von ihr, ne? Richtig? Ich nehme dann auch noch blonde Haare. Ich nehme meine blonde Haare zurück. Ey, Leute. Was sagt ihr? Steht Chrissy blond oder braun besser? Oder blond? Vielleicht nicht ganz so. Ich gewöhne mich so krass schnell an die Haarfarbe, weil mir jetzt würde ich denken, das ist normal. Also bisher ziemlich eintönig, wenn ich immer ganz grob behaupte. Warte. Das ist die Frühlingsluft im Februar. Oder der Staub. Vielleicht hört man jetzt die Musik, vielleicht aber auch nicht. Ich bin gespannt, wenn Chrissy zu den neuesten TikToks kommen. Ach ja, ach, Angelina, Chrissy, 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 Chrissy. Ja, das ist deinader, ich weiß. Wir so sind auch richtig ähnlich, ne? Pest. Und hier kommen wir eigentlich gleich wieder rein. Lol. Was? Bis jetzt irgendwo Treuhfel thiessen muss ich auchır. Fehleriner Matrix. � **** Das wollt ihr euch jedem, Leute, guckt. Das ist witzig. Und schreibt auf jeden Fall unbedingt einen Kommentar rein, ob es wirklich so ist bei euch, auch wenn ihr eine Freundin habt. Und dieser Stuhl, der bringt euch zusammen oder so. Angelina, Angelina, ich glaube, das ist ziemlich eintönig bei dir, ne? Sag Bescheid, wenn du etwas anderes hast. Ja, mach ich. Was wirst du auf jeden Fall noch finden? The dog's name. Riley! Das habe ich auch gestern gesehen. Der fühlt sich richtig verarscht, der Hund. Ja, er guckt doch so hinher, warum guckst du? Riley, come here! Und gleich muss er verlaufen. Oh, das ist so, solche TikToks sind richtig krank. No joke, das ist richtig heftig, sowas. Ja, jetzt fängt es an, dass ich langsam TikToks geliked habe, weil ich mir überlegt habe, dieses Video hier zu machen. Ah, das ist das mit dem Tesla, ne? Ja, das ist richtig. Ne, das ist was anderes, glaube ich. Das ist aber auch für eine... Ja, das ist auch sowas. Ein bisschen lost, manchmal. Oh. Genauso wie wenn die Heckklappe hochgeht, einfach Wasser reinkommt. Ja, voll krank, ey. Das TikTok musst du dir geben. Normalerweise. Das kennst du bestimmt auch. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Nicht? Ne. Gibt es voll viele von. Oh Mann. Weiter, 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 so knapp, das habe ich. So knapp, das habe ich. Weiter, du bist raus. Also knapp, er ging nicht, also ernsthaft. Ja, der kam zu spät oder so. Ich weiß. Der Poppion. Nachbar. Da, die Affe ist jetzt nicht. Ja, die Affe ist jetzt nicht. Jetzt, ey? Ja. Echt? Was ist das? Also wenn ich sowas sehe, ne? Ich hätte auch gerne Affen. Das hast du mir schon gezeigt, dass du bist. Ja. Ja, das ist halt einfach so lost, ne? Wie geht dir das mal? Ja, das ist richtig lost. Ja, ich meine, guck dir das nochmal an. Ja, ich weiß. Er ist lost, ey. Seinem Bro in einem Bett pennen muss. Okay, Bro, sorry. Ich glaube, irgendwas ist bei der Wohnung falsch gelaufen. Was meinst du, dass... Oh, fuck. Es ist ja nur ein Bett. Sieht doch aber gar keiner, was wir hier machen. Schöner, genau das meine ich, weil du so komische... Es wirkt immer so falsch, was du sagst. Ich sag ja nur, dass ne Nacht demnach jetzt nicht zwingend schlimm sein muss. Schnafst du? Mhm. Musst du oft aufs Klo? Richtig oft. Hast du sonst noch irgendwelche Eigenheiten? Ich kann das nicht anders, aber ich muss nackt schlafen. Warum? Hm. Ah, und manchmal ist es so, wenn ich den anderen Leuten schlafe, dass ich sie mit meiner Freundin verwechsel und mich dann nachts mal dazukuschle oder so. Man kennt's. Vielleicht kennst du es nicht so, aber ich kenn's auf jeden Fall. Das ist auch witzig. Und dann lädst du vor Ort hoch, ne? Das kann ich. Ja. Das kann ich. Aber nur halt mit der Wii. Echt? Ja. Ja. Aber ich weiß, wie soll das. Hey, Tochter. Hm? Kannst du... Soll ich die Köpfe da rausnehmen? Ja. Soll ich die rausnehmen? Nein, noch tiefer reinstecken, bis hier raushängt. Natürlich raus nicht. Boah, was denn? Ich wollte dich nur fragen, wie läuft's eigentlich bei dir in der Jungswelt? Hast du schon irgendeinen Junge im Auge? Du meinst ein Crush. Ein Crush? Hä, ich hab für fast alles einen Crush. Also ich hab meinen Busfahrt-Crush, den ich jeden Morgen sehe, wenn ich mit dem Bus zur Schule fahre. Hm. Dann hab ich meinen Klassenkameraden-Crush. Dann hab ich meinen Snap-Crush. Hast du auch einen TikTok-Crush? Das hab ich aber aufgesehen. Hm, ja. Perfekt. Ich? Nö. Nee? Nö. Echt nicht? Ja, wer denn? Was? Ja, Moin, das ist wahrscheinlich Lama, oder? Ich hab vielleicht auch Angst, aber ich würde nicht so schreien. Das macht den nicht schlimmer. Ihr sollt mal was machen. Moin. Einfach Fässer hoch machen. Hallo? Ja, ich bin hier in der Küche. Ich mach mir gerade Nutella-Brot. Willst du auch eins? Chrissi. Ich. Geh mal wieder nach oben, da kommen spannende. Ja, mach mal ein Ticken weiter. Ja, das ist auch witzig. Das hab ich aber auch gesehen. Aber der arme Kuchen. War nur ein Spaß. Achso, okay. Ey, das ist auch witzig. Ja, ich hab doch... Was ist das? Ach, das hab ich vorhin geliked. Ich warte auf irgendeine Reaction dahinter, oder so. Achso, ne, da kommt nichts. Was sagst du dazu? Ich find's nicht gut? Also, ich mein, was mir gefällt, wird natürlich geliked, oder? Passt. Oh. Nein, sonst passt Spaß. Spaß. Ja, wahrscheinlich. Hast du jetzt extra für das Video welche rausgesucht? Nein. Hast du gerade entliked? Ja. Ich wollte mich noch mal angucken. Das hier mal. Hä? Das war nicht echt. Da haben wir hier irgendwie... Da haben wir hier irgendwie... Da haben wir hier irgendwie... Da haben wir hier irgendwie Busch geguckt. Da haben wir hier irgendwie Busch geguckt. Guck ich bei denen auch nächstes Mal rein. Okay. Also ich würde sagen, lasst gerne da oben rum, dann vergesst nicht, gar kostenlos zu abonnieren. Ich würde sagen, vom nächsten Mal haut rein. Bis dann und... Tschüss. Ciao. Jetzt komm mal her. Tschüssi. Tschüssi.